hallo und herzlich willkommen zu mr luke zockt pro cycling manager 2024 noch nicht aber ich will mal eine kleine preview machen was uns denn eigentlich in dem bevorstehenden pcm so erwartet der release ist der 6 juni 6 6 2024 sind keine zwei monate mehr hin und dazu schauen wir uns mal auf der offiziellen steam seite des spiels an was hier bislang so angekündigt wurde also erwartet keine riesigen sprünge ich konnte jetzt auch noch kein gameplay oder sowas antesten aber ein bisschen hoffnung habe ich schon dass sich vielleicht das ein oder andere mal verändert hat und zwar geht es darum sponsoren ziele ist nicht immer alles ganz richtig ins deutsche übersetzt aber man versteht neues verbessertes system mit saisonalen und langfristigen zielen aktuell hat man schon seit ewigkeiten das gleiche früher hatte man mal ziele wo man auch noch ein bisschen tweaken konnte so plus oder minus als ihr die serie seit länger verfolgt das heißt beispielsweise beim flashballon sollten wir mit unserem team die top 3 erreichen und dann konnte ich auswählen ja ich will das noch ein bisschen nach oben schrauben der erste platz dann hätte mir das ein bisschen mehr budget gegeben oder ich sage ach nee nur top 5 dann können wir ein bisschen einbüßen beim budget das gibt es inzwischen auch nicht mehr das heißt man ist da relativ limitiert und anders als vielleicht bei keine ahnung fifa oder sowas oder diversen anderen spielen hat man auch längerfristige ziele das gibt es bei pcm aktuell auch nicht das ist immer nur für eine entsprechende saison und das system will man jetzt ein bisschen aufweichen ein bisschen erweitern es gibt eine größere anzahl an zielen etappensiege werbe präsenz und sieht bei prestigeträchtigen rennen klingt erstmal gut ziele sind realistischer und kleinere sponsoren können sich nun über werbemöglichkeiten bei großen rennen freuen ja das finde ich auch ein guter schritt wie sich das dann in echt darstellt bleibt mal abzuwarten aber ja dass man als keine ahnung politikometer wenn man eine wildcard zum giro die talia kriegt gar nicht als ziel hat weil ich erreicht die top 5 in der gesamtwertung ist völlig klar aber halt auch nicht nur ziele für kleinere italienische rennen wo man von der fahrer und teamstärke her um erfolge mitfahren kann sondern die italienrundfahrt ist das wichtigste rennen für dieses team im jahr das spiegelt sich halt in den sponsoren zielen bis dato nicht so wirklich wieder weil er toll von der leistung her können die wahrscheinlich wenig konkurrieren mit dem world tour teams aber das als werbemöglichkeit benutzen das heißt attacken für die fernsehkameras so ist es nun mal in echt tatsächlich auch oder irgendwelche kleineren wertung abräumen etc da mal ein bisschen vielfalt einbringen und auch ein bereich der mich persönlich mal sehr gestört hat ist die kader zusammenstellung und zwar im hinblick darauf wie der sponsor damit zufrieden ist naja hier wird davon geredet ein kolumbianischer sponsor kann zum beispiel sein wunsch äußern dass man eben kolumbianische fahrer verpflichtet natürlich gibt es aktuell bei pcm das schon seit ewigkeiten auch im bereich sponsor eine rubrik mit der kaderbewertung aber sagen wir mal ehrlich gibt sich das großartig auf auf die zufriedenheit des sponsors glaube ich nicht nicht so wirklich auswirkungen und man kann mit mehreren sponsoren zusammenarbeiten das finde ich auch super also mehrere sponsoren können jetzt so wie in echt auch nicht nur als namenssponsor keine ahnung jumbo wismar oder jetzt wissen mal ließe bei gibt es sowieso schon mehrere bei einigen teams da bin ich mal gespannt wie sich das dann genau auswirkt ob man vielleicht ein hauptsponsor hat und vielleicht ein paar neben sponsoren haben kann oder so was wir können es gleich noch mal ein paar screenshots anschauen wie in die richtung da auch geht ansonsten sehen wir hier noch mal so key features offizielle strecke der tour de france verbesserte immersion mit neuen assistenten neu gestaltete seite für suche und sponsoren ziele sowie kaderregisterkarte überarbeitetes informationsinterface und neuer bereich für den sportlichen leiter klingt schon mal erst ganz interessant wenn man sich mal die screenshots anschaut sieht das aus wie jedes pc bislang wenn ich ehrlich bin also falls das 24 sein soll sieht genauso aus wie bei mir das 23 aber jetzt hier wird es eben bisschen unterschiedlich ich blende mich da mal ganz kurz aus da seht ihr hier long term objectives gibt es eben also verschiedene laufzeiten für die ziele beim sponsor hier hat man jetzt wissen mal und diese bike wie lange die vertragslaufzeit ist hier auch natürlich macht ja absolut sinn der eine sponsor kommt aus dem einland möchte vielleicht eher fahrer aus dem und dem bereich haben und der sponsor so und so ist auch ja interessant werden kann das heißt man kann auf dauer vielleicht sein zweitsponsor wechseln und zwischen anderen holen oder was auch immer ohne irgendwie so vielleicht die kernidentität des teams komplett zu verändern das finde ich ganz cool wie sich das dann genau darstellt abzuwarten wie wissen wir und ließe bei sind relativ gleich aufgestellt auch vom budget her budgets hat man hier angepasst sechs millionen jährlich glaube ich und fünfe eineinhalb millionen jährlich hier die wichtigsten ziele ja race objectives season und long term das heißt es gibt jetzt auf rennen bezogen ja weiterhin keine ahnung landernrundfahrt erster tour de France erster welter erster aber auch ziele wie 50 siege im ganzen jahr oder unser team soll erster im world tour ranking sein drei grand tours bis zum jahr 2025 zu gewinnen und so das finde ich sehr sehr cool so was bringt einfach ein bisschen mehr tiefe bisschen mehr vielfalt und das waren so die ersten eindrücke die ersten infos die ich über pcm 2024 sammeln konnte schreibt mir doch mal gerne in die kommentare was ihr erwartet freut ihr euch auf den neuen pcm meint ihr ist sowieso immer das gleiche brauche ich nicht oder seid ihr gespannt auf die geplanten neuerungen natürlich darf man jetzt nicht erwarten dass das rad hier neu erfunden wird das nicht aber ich freue mich auf jeden fall drauf ihr könnt natürlich bei mir davon ausgehen dass es auch weiterhin in zukunft zu pro cycling manager dann auch wenn es soweit ist zu 24 gibt wenn ihr da weiterhin bock drauf habt dann lasst doch gern like und ein abo da und schaltet gerne beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt mr loop zock pro cycling manager bis dahin macht's gut